So. Und jetzt schnell noch auf den Stamm. Ja, ich bin oben. Sieht alles von hier oben so ein bisschen anders aus. Normalerweise habe ich immer meinen Stamm näher am PC, aber ich wollte euch mal in voller Pracht zeigen. Und darum komme ich zwar mit den Pfoten noch nicht an die Tastatur, aber das ändern wir gleich. Und ja, ich genieße erst mal die Aussicht. Das ist ein bisschen wackelig. Ich muss, glaube ich, den Stuhl noch mal ein bisschen unterstützen.